Mama, willst du die Überraschung nennen? Ja. Oh du, mit deiner Spinne. Eigentlich 24 Stunden, das ist eine Nacht in einem Tag. Und wir melden mich krank. Okay. Hallo ihr Lieben, ich bin gerade vom Tanzenheim gekommen. Ich habe meine Mama gefragt, ob 24 Stunden eingesperrt Videos machen, weil die sind so cool, diese Videos. Hallo ihr Lieben, die Ava guckt im Moment diese 24 Stunden eingesperrt Videos so gerne. Die trennen ja im Moment total. Wo möchtest du eigentlich eingesperrt sein? Im Keller, im Playmobilzimmer. Im Playmobilzimmer, im Keller? Jetzt meinst du, das schaffen wir 24 Stunden da drin? Ja, aber die haben ein ganz großes Kuschelchen mit, deswegen muss man einen grünen Einhorn mit. Okay, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr mitnehmen. Was nehmen die sonst noch mit? Wollen wir mal durchlaufen und packen? Und ihr Lieben, wir haben eine Challenge für euch. Könnt ihr jetzt in einer Sekunde nach oben aufschlagen, die Glocken zu schalten und zu abonnieren. Wenn ihr geschafft habt, schreibt, ich finde in die Kommentare. Und wenn ihr in den Schrank könnt, dann könnt ihr ein Spinn-Emoji in die Kommentare stellen oder ein Demon-Emoji. Die nehmen so eine Chipsdose, die ganz wenig noch drin hat. Okay, also das finden wir bestimmt. Und ganz wenig Wasser. Ganz wenig Wasser. Okay, also wir fangen jetzt mal an zu packen. Und du meinst, das ist eine gute Idee? Ja. Ja, es ist so etwa halb sechs. Schaut mal, draußen ist es schon dunkel. Seht ihr, dass der Rollo ist oben. Ich meine, wir brauchen auch eine Yogamatte, damit wir bequem sitzen und es im Poppes nicht so kalt wird. Was möchtest du noch mitnehmen? Yogamatte? Ich weiß nicht, vielleicht soll Taschen. Ja, in die Taschen packen wir unser Zeug rein. Und noch die Elena. Oh, die sitzt da ja auch schon. Und willst du auch Elenas Camping-Ausrüstung mitnehmen? Ja. Okay, dann kannst du vielleicht die Camping-Ausrüstung schon mal in eine der Taschen reinpacken. Willst du vielleicht die Elena nehmen und schon mal Elenas Zeugs in eine der Taschen packen? Auf jeden Fall. Na, dann mach mal. Lass mal die Yogamatte los, die bringe ich gleich runter. Die Yogamatte fällt gleich um. Okay, so, nimm du mal die Puppe. So, nimm die Elena und warte hier, das Camping-Zeugs noch von Elena. Das muss in eine Tasche rein. So, zum Glück haben wir jetzt zwei Taschen. Genau. Na ja, wenn man so 24 Stunden bleiben will, braucht man schon einiges Zeugs. Ja. Pack den Einhorn gerade auch noch da hin und vielleicht ein Kissen. Soll ich deine sehen? Ja, ist eine gute Idee. Und deine Decken, falls uns dann kalt wird. Kannst du einfach alles da in die Ecke schmeißen und dann schleppen wir alles runter, was hier in der Ecke steht. Okay. Jawohl. Wir müssen ja gut vorbereitet sein. 24 Stunden ist eine lange Zeit. Oh, und eine Taschenlampe. Schau mal, da steht auch eine Taschenlampe. Brauchen wir auf jeden Fall. Uh, so eine Blaulichtlampe. Cool. Okay. Schau mal, wir können mal unsere Zahnpasta mit und unsere Zahnbürsten machen. Super. Die packen wir auch gleich ein. Ich gehe jetzt runter. Nee, nee, stopp. Wir brauchen doch noch Essen und Trinken. Oh ja. Schau mal, das Wasser und Süßigkeit. Na, dann pack mal ein. Alles hier in die Tüte packen. Wird langsam schwer. Wow. Okay. Also, ich bin ja noch nicht so überzeugt, dass das so eine gute Idee ist, Ava. Okay. Mhm. Warum? Also, 24 Stunden eingesperrt ist eine lange Zeit. Ich weiß. Aber ich will das machen. So viele machen das. Gut, dann probieren wir es. So, jetzt haben wir unser Lager aufgebaut. Jetzt müssen wir nur noch 11 Lager aufbauen. Und schaut mal, ihr Lieben. So sieht unser Playmobil jetzt aus nach dem Umzug. Alles auseinandergefallen. Ja. Und ich hatte noch keine Zeit, es wieder zu bauen. Voll unheimlich irgendwie hier drin, oder? Total spooky. Okay, also, schaut mal. Die Tür geht zu. Unsere 24 Stunden fangen an. Oh, Elmas Yoga-Matte ist schwierig aufzustellen. Ich helfe dir gleich. Danke. Mach erst mal hier ihr Pop-Up-Zelt. Das ist da noch drin. Wow, was war das denn? Eine Bürste? Die Elena hat doch gar keine Haare. Und dein Einhorn liegt da. Unser Proviant. Hier drinnen sind die Zahnbürsten, die Taschenlampe. Da waren auch die Sachen von der Elena drinnen. Und hier ist unser Proviant. Ja, was machen wir jetzt hier 24 Stunden? Das ist ein ganzer Tag. Wirklich? Das machen wir eigentlich morgen mit einer Schule. Ähm. Ähm. Okay, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Dann machen wir 24 Stunden. Dann machen wir 21 Stunden. Du meinst, und du gehst kurz in die Schule. Aber das ist ja nicht so richtig. Also, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Okay. Sollen wir jetzt jetzt die Zähne putzen? Hm, weiß nicht. Nee, erst knabbern war mal was. Guck mal. Oh. Da ist ja nicht wirklich viel drin, oder? Ja. Hm. Und wie viel ist bei mir drin? Oh. Da hat er noch. Oh, ja doch ein paar. Okay, aber dann können wir erst mal jetzt unser Abendessen. Tschüss. Tschüss. Eigentlich habe ich ein bisschen mehr Hunger als nur so ein paar Chips. Also, du kannst doch bei mir, darfst doch nicht bei mir abessen. Okay. Ich habe viel mehr. Mhm. Ich weiß, wenn man mal alle nehmen so wenig damit, das muss reichen für ein Abendessen. Ähm. Ich habe seit heute Mittag nichts mehr gegessen. Ich weiß. Kann ich raus, gehen wir noch was holen? Nein. Wie? Du kannst doch einmal die ganze Nacht mal sowas halten. Wie, du meinst, ich muss das jetzt aushalten? 24 Stunden mit denen? Bisschen Essen hier. Yay. Willst du mich veräppeln? Okay. Hm. Ich habe nur Wasser, wenn ich schlafe. Du hast nur Wasser, wenn du schlafe? Ja, aber das sind hier 24 Stunden. Ja, dann haben wir noch Schokobank. Frühstück? Frühmaffeln. Mittagessen? Mittagessen, okay. Gut. Und Gartenessen. Hm. Nein. Das ist schneller weg, als wir gucken können. Und schaut mal, Ava sitzt direkt neben ihrem Einhorn. Cool, ha? Mama, jetzt müssen wir es nochmal dunkler machen. Da oben die Lampe aus. Und warum denn das? Was ist ein Quatsch? Das müssen wir machen. Weil die das alle machen. Ich verstehe auch nicht, warum das bei denen immer so dunkel sein muss. Weil es ist auch ein Trend, Mama. Okay, also wir machen es ein bisschen dunkler, ja? Ja. Ich esse dann die ganze Nacht Pringles. Ehrlich? Du musst deine Nachos essen. Ich muss die Nachos essen. Ist es so besser mit der Dunkelheit? Super besser. Ja. Okay, Augenhinein. Hörst du eigentlich komische Geräusche? Warum? Die hören immer komische Geräusche. Ich hör mir immer komische Geräusche. Ich hör mir immer komische Geräusche. Was machst du denn da an? Die Spiele-Spinne. Nein. Boah, wie eklig. Schaut mal. Die machen die auch. Boah, hast du mich erschreckt. Auf dem Fall müssen die, wenn es dunkel ist, muss sie ein bisschen spooky werden für die Spinne. Ah, und dann meinst du, braucht man eine Spiele-Spinne? Mhm. Mhm. Vielleicht können wir damit morgen den Papa noch pranken, wenn wir hier wieder raus dürfen. Toll. Boah, wie eblig. Aber ich meine, wir machen es wieder wenigstens ein bisschen heller, oder? Okay. Und was meinst du? Okay, so wäre es gut. Okay. Aby, ich muss mal Pipi. Kannst du nicht? Kannst du 24 Stunden in einem Raum bleiben? Nee, ich muss jetzt Pipi. Du darfst nicht. Oh nee, ich kann es aber nicht mehr aushalten. Du darfst nicht. Wie, ich darf nicht? Ich darf nicht Pipi machen gehen. Nein, noch in einem von den Boxen. Nee, also dann verkneife ich es mir lieber. Aber ob ich das 24 Stunden aushalte? Die ganze Nacht ist das. Oh, ich habe vergessen vorher auf Toilette zu gehen. Ich muss aber mal ganz dringend Pipi. Nein. Ich muss aber wirklich ganz dringend Pipi. Mama, hör auf zu sprechen. Wenn du weiter davon sprichst, dann musst du auch mehr. Das stimmt, okay. Vielleicht, wenn du es anhältst, wirst du auch einer vergessen. Okay, na gut. Holst du die Zahnbürsten raus? Ja. Hast du auch eine Zahnbürste für die Elena dabei? Okay, die wird es einmal überleben. Hier ist so eng drin, man sieht fast nichts. Ah, Hilfe, das blendet. Wir haben hier ein Problem. Wir haben kein fließendes Wasser zum Zähneputzen. Dann können wir es auch einmal überleben. Ja, aber warum packen die das alle ein? Die sind alle, es sei denn, die sperren sich im Bad ein, wenn die in so einer Kiste eingesperrt sind oder im Schrank. Wie machen die das dann? Hier, pack wieder weg. Mama, weißt du, was macht? Fehlt ein unheimlicher Tom-Nail. Du meinst, wir sollten jetzt einen unheimlichen Tom-Nail machen, während wir noch wach sind? Okay, warte. Weißt du, was immer im Tom-Nail mit drin ist? Wer? Ein Einhorn. Was brauchen wir noch? Vielleicht die Taschenlampe? Ja, die Taschenlampe, wo ist die? Krass du? Okay, guck mal. Wir müssen gucken, als ob wir Angst hätten. Und du musst, glaube ich, die Taschenlampe auch anmachen, mein Schatz. Sonst wird das nichts mit dem unheimlichen Tom-Nail. Nee, warte. Unheimlicher Tom-Nail. Okay. Dein Einhorn. Man sieht dein Einhorn nicht, Kind. Ich lächel. Mama, ich hab Durst. Na, dann trink was. Ja, dann trinke ich die ganze Flasche. Na gut, dann müssen wir halt dann morgen früh Durst schieben. Morgen früh gibt's da nicht. Wie meinst du, morgen früh gibt's da nicht? Meinst du, wir überleben das hier drin nicht? Wir verschieben mehr Stunden. Wir verschieben noch mehr Stunden? Nee, nee. 24 Stunden hast du gesagt. Du lässt mich ja nicht mal auf Toilette. Äh, äh. 26 Stunden. Noch länger? Ach du Schande. Eigentlich 24 Stunden. Das ist eine Nacht und ein Tag. Und wir melden mich dran. Okay. Noch ein Chip für die Nacht, aber erst. Noch ein. Ah, ein. Das ist mir ja eine. Aber jetzt wirklich ein Chip für die Nacht. Okay, ein Chip für die Nacht. Ist nix mehr drin? Ich brauche da so noch ein Chip drin. Sag mal, hat dein Dauch gerade gekrummelt? Hast du Hunger? Bisschen, ja. Hm. Ich muss immer noch Pipi. Mama, mir ist auch langweilig. Hm, was machen wir denn jetzt? Ach, wir können das ganze Playmobil aufräumen. Ist schon. Ist schon. Nein, wir haben schon alles gemacht. Ich hab dir die Spinnen in das Gesicht geworfen. Mama, ich glaube, wir sollen jetzt schlafen. Okay. Schlaf schon, mein Schatz. Schlaf schon. Süße Träume. Nachtkuss. Mama. Ist es so dunkel genug zum Schlafen? Ja. Mama? Ja? Was ist los? Irgendwie hast du recht. Ich muss Pipi und für euch das da. Das ist eine echt dunkle Idee. Du musst auch Pipi. Mir bleibt gleich die Blase. Mir platzt gleich den Bauch vor Hunger. Vor Hunger? Wollte du die ganzen, naja, die drei Chips gefuttert hast. Ah, ich kann nur ans Essen denken und an Pipi machen. Oh, nee. Nie. Oh, nee, oh, nee. Ich wünschte, ich hätte nie die, 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 die und jetzt nicht mehr das Video fertig filmen. Hilfe. Hilfe. Wir sind gerade mal eine Stunde hier drinnen. Oh, Mann. Eine Stunde? Ja. Weißt du was? Wollen wir es hier mit beenden? Ja. Wir konnten keine Zähne putzen. Wir können nicht auf die Toilette. Ich weiß überhaupt nicht, wie das, kein Essen richtig dabei. Ich weiß überhaupt nicht, wie das 24 Stunden gehen soll. Die Blase platzt mir. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir putzen uns vor allem auf die Zähne. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem 24 Stunden eingesperrt Parodie-Video. Wir würden uns über einen... Vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, sodass ihr nichts mehr verpasst. Schaltet die... Spinne an. Ding, ding. Glocke meintest du wohl. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn es neue Videos gibt. Und wir sehen euch dann... Beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.